Musik auf Französisch gesungen, das ist ein großer Teil von meinem normalen Repertoire. Für eine Stimme des Tenors ist diese Sprache nicht einfach, aber genussvoll. Da kommen einfach Frequenzen zur Geltung, die in anderer Sprache nicht vorhanden sind. Und das macht vielleicht diesen Reiz, auch eine gewisse Eleganz in der Phrasierung. Und die Kombination macht es aus. Musik Ich denke, es ist etwas sehr speziell in der Französische Musik, dass wir über die Farbe sprechen. Es gibt so viele Farbe. Und in seiner Sprache gibt es viele Farbe. Und ich denke, wir machen eine schöne Kombination zwischen den Orkestern. Um die richtige Farbe zu finden, ist sehr wichtig. Die Emotionen sind schon da, hineinkomponiert. Aber wie man damit umgeht, wie weit man sich von dem jeweiligen Stil entfernen darf oder auch nicht darf, das ist auch eine Absprache mit dem Maestro und transportiert auf das Orchester. Und wir machen das einfach gemeinsam. Es ist nie eine einzige Phrase, die ich alleine gestalte, sondern entweder wird es vorbereitet durch das Orchester. Und das Orchester unterstützt mich. Und das ist der Reiz dabei. Er singt es so gut, und es ist so einfach für mich, um ihn zu unterstützen. Denn manchmal, wenn der Stil des Singers nicht verbunden ist mit der Musik, dann ist es für den Konduktor schwierig. Aber es ist so natürlich für Piotr zu singen in Französisch, das ist ein großer Freude. Musik 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 Ich finde, er ist ein sehr sensibler Mensch. Und Sensibilität ist nicht sehr populär heutzutage. Das ist die größte Hürde, die man nehmen muss, um das glaubwürdig zu machen. Das heißt, man muss sich erlauben, diese Musik nicht nur hinzugeben, aber in dem Rahmen der Musik von Masne sich diese Flexibilität und diese Feinheiten, was auch Persönlichkeit betrifft, zu finden. Ich finde, das ist eine gewisse Lebensqualität hier in Frankreich, eine Lockerheit mit dem Leben umzugehen. So wie die Interpretation von französischer Musik kann man nicht eins zu eins erklären. Die Leute reden einfach, die kommen raus und gehen wirklich essen und spazieren, gehen in die Galerien, auch wenn sie eine halbe Stunde haben in Paris. Also ich habe das sehr oft beobachtet. Und es ist einfach ein anderer Lebensstil. Und die Musik hat auch diesen Lebensstil beschrieben. von St. Frankreich von St. Frankreich von St. Frankreich Untertitelung des ZDF, 2020